So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Haven. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und ich will hier jetzt nochmal gucken, ob wir irgendwo finden, wo das letzte Ding abgeblieben ist. Weil uns ja noch was fehlt. Ja, hier hinten ist jetzt plötzlich wieder was, wo vorher gar nichts gewesen ist. Das ist sehr sinnvoll. Pass auf, und das ist jetzt das, was wir beim letzten Mal gesucht haben. Aber nicht gefunden haben. Wenn ja, dann... Brich durch. Tatsache. Aber der war hier beim letzten Mal noch nicht. Naja, okay, wir haben es jetzt dennoch geschafft. Ich glaub, dann war beim letzten Mal einfach das Spiel kurz verpackt. War da wohl ein Fehler in... ...im Ding drin. ...im Spiel selber. Weil jetzt klingt, glaub ich, auch die Musik wieder ganz normal. Ich hab jetzt nämlich den PC neu gestartet gehabt, beziehungsweise... ...ich habe nicht weiter aufgenommen gestern. Da hab ich mir gedacht, ich nehm dann einfach heute nochmal auf, weil morgen stream ich ja wieder. Also was heißt, morgen stream ich wieder? Ähm... Wenn ihr das hier gesehen habt, ist das Streamspiel wieder vorbei. Ähm... Das hier gilt... Oder ich hab's jetzt am... ...zwölften aufgenommen. Oder ich nehm es gerade am zwölften auf. Und der Stream ist am 13. Aber zur Zeit stream ich sowieso immer... ...oder werde ich jetzt immer... ...mittwochs und Sonntags streamen. Vielleicht kommt zwischendurch auch noch ein paar Tage dazu. Mal gucken. Erstmal will ich wissen, wie... ...die Single Streams so laufen. Weil ich jetzt hier noch nicht so viele... ...oder... ...würf hier noch nicht so viele da, die zugucken. Ich hab ja wie gesagt noch gerade erst angefangen. Ähm... Stimmt, wenn ihr das hier seht, ist es Samstag. Doch, dann trifft das sogar, was stimmt, morgen ist der nächste Stream, weil es dann wäre Sonntag. Dann wäre Sonntag und es wäre ein Together Streaming-Tag wieder. Sonntags hab ich nämlich immer vor... ...also halt Spiele wie Dead by Daylight und... ...Poor Guys oder so zu spielen und... ...hauptsächlich natürlich Herr der Ringe Online. Dann spiel ich ja mit Digi. Der ja auch gleichzeitig mein Mod ist. Und... ...ja. Mal schauen. Mittwoch spiel ich dann halt Final Fantasy und Deponia. Sind jetzt gerade so die... ...ersten... ...Spiele. Wobei Final Fantasy wahrscheinlich immer mal wieder auftreten wird. Wie ich mich kenne. Ich neige dazu Final Fantasy 1 sehr sehr oft zu spielen. Also nicht zu oft so, dass ich sage, dreimal im Jahr. Sondern... ...ja. Jedes Jahr vielleicht einmal. Ist ja nicht besonders lang. Der ist Quich. Ach, die Beine haben schon wieder Hunger. ...ich war nicht so. Ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit. Und fertig. Und auf der Seite. Any time! Aha! ... ... ... Ist das nervig. Es kommen sowieso noch ganz, ganz viele Spiele im Stream. Ich hab da eine kleine Liste für mich selber vorbereitet, was ich so geben möchte noch. Natürlich dürft ihr auch gerne mal Wünsche äußern, ob ich es dann natürlich mache, ob ich die Spiele auch überhaupt habe, ist die andere Sache. Aber da richte ich mich natürlich auch teilweise nach ruhig. Hauptsächlich zwar das, worauf ich es habe. Jetzt gibt es ja zum Beispiel auch Tage, wo man halt Zeitpunkt hat, auf der Fall Daylight, dann spielt man halt was anderes. Hier. Mal gucken. Auf jeden Fall liefen die ersten drei Streams schon mal ganz gut. Ich versuche mich so ein bisschen zu steigern. Ja, eigentlich wollte ich die gar nicht füttern. Wollte eigentlich nur selber was trinken gerade. Und uns heilen. So, wir sind hier ja immer noch auf der Suche nach einem Teil für unser Schiff. Ob wir hier im Sumpf natürlich was finden, ist... Ja, hier ist so die Sache. Aber wir haben zumindest schon mal... ...wieder den Weg in den Sumpf gefunden. Ich habe ja vergessen, dass es so ein Shuttle gibt. Und das vereinfacht uns natürlich hier die Sache. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Also, da hoch mal nicht da hoch. Ich kann mir vorstellen, dass wir das wieder nur mit... ...der Flut schaffen. Die Frage ist natürlich, welches... ...und wo? Aber das hier sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Ja. Da hinten waren wir auf jeden Fall so nicht. Hier ist schon wieder das komische Viech. Gegen das wir, glaube ich, schon mal gekämpft hatten. Weiß ich noch nicht, was die Bedingungen dafür sind, dass das Viech auftaucht. Oh, komm schon. Ich will gerade sagen. He's right for the picking. Harvest time. Wuuuuhu. Done and done. One to go. Now what? Now come. Come. Let's get it all right before the picking. Harvest time. Done and done. That feels better. No. Ich hab noch keine Ahnung. Das fühlt mich wieder nach unten. Bin ich gerade so objektiv gewesen? Äh. Manu. Da kommen wir da von selbst rüber. Da kommen wir nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Ich damit... Okay, sieht aber nach nichts Wichtigem aus. Okay. Gut, es gibt hier dann aber auch sonst nichts weiter. Also das da hinten ist wirklich... Nichts, was wir gebrauchen können. Ist aber okay. Gut. Gut. Dann wären wir hier soweit durch im Sumpf. Hätten wir also auch den Sumpf fertig. Gut zu wissen. So, kommen wir mit Wörbel hier auch aus dem Sumpf wieder raus. Jetzt nur die nächste Frage. Wir nehmen hier einmal eine Station. So, sie kommt auf jeden Fall. So. 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 Das ist fast. Okay. Ah, da ist das Schiff. Wollt ihr gerade fragen. So, hä? So, jetzt einmal zu oink. Braves Oink. Da muss ich immer an Salem denken. Und wir betreten mal das Schiffchen. Okay, dann gärtnern wir doch mal. Damit wir das auch mal gemacht haben. Ich hoffe, dass du in einer guten Gesundheit wirst. Weil deine Gesundheit ist unsere Gesundheit. Okay. Okay. Das ist mir gerade... Ja. Aber dann essen wir halt was anderes. Wie weit ist denn Chili-Käsekuchen? Was? Ich habe mal so gar kein Wort verstanden. Rasselfepper, das habe ich verstanden. Das war dann aber auch das Einzige. Ach, so. Dann ab in die Haier. Gut. Sitzen sie da wieder? Ist jetzt schon was passiert? Ich habe keine Geduld. So. Ah. Ja, ich will noch mal so viel kochen, wie es irgendwie möglich ist. Mehr kochen. Okay, man kann also entweder nur das eine oder das andere machen. Wir kochen. Okay, das kennen wir ja schon. Gut. Ähm, dann brechen wir einfach mal ab. So, bei so viel Essen haben wir jetzt auch nicht. Dass ich sagen kann, dass wir das nicht machen. Und noch mehr. Damit wir auch was für Böbel haben. Wunderbar. Dann stellen wir noch mal was her. Das war zum Heilen. Nochmal. Und dann am besten gleich noch mal was für diese Rempler. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. So, und das Letzte zum Heilen. Nochmal. Da brauchen wir Gott sei Dank nicht so viel für. Also, doch für. Von diesem Rost. So, und noch einmal. Und dann sind wir, denke ich, ganz gut ausgestattet. Für den letzten... Da hinten. Die letzten zwei... Ja, Planeten-Teile. So. Dann... Machen wir das hier einmal. 300. Immer ein volles Leben. Das will man mehr. Und das ebenfalls. Und dann können wir gehen. So viel Platz haben wir eh nicht in unserem Inventar. Aber es geht ja ums Prinzip. Ähm... Nein. Ich habe wieder die falsche Teste gedrückt. Und es kann losgehen. Wobei... Äh... Auch erst im nächsten Part. Weil wir sind ja schon bei 20 Minuten. Ja, ja. Äh... Nach diesen Sachen suchen wir einfach beim nächsten Mal. Und... Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.